Hi, ich bin der Wolfgang, ich bin Kfz-Meister beim Reifen Schuster. Hallo, ich bin der Dennis, ich bin Azubi bei Reifen Schuster und im zweiten Lehrjahr. Hallo, ich bin Marcel, ich bin Kfz-Mischatroniker bei Reifen Schuster. Mein Name ist Christoph Schuster, Inhaber der Firma Reifen Schuster in Rommerskirchen. Wir sind Spezialisten für Reifen aller Art. In unserem Hause erledigen wir alle Kfz-Reparaturen nach Herstellervorgaben. Außerdem betreuen wir Firmen und Flottenfahrzeuge. Toll-Guert. Prabw. Habt es dann genau als aktualisierung Player und Verschültige, Sie sind so ganz Yo-Mischatroniker. dich kriegierst du Höigst hou contracting von Denkholzrchencop chantjölschidde, Nachher base es sehr gerne. Bis zum nächsten Mal!